Applaus Ebenso wie meine Vorrednerin Sarah, heiße ich sie im Namen der Studentenschaft herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Spuhn, sehr geehrter Herr Hartung, sehr geehrte Lehrende, damit Sie den wohlverdienten Applaus für Ihre Arbeit erhalten, bitte ich auch Sie, sich heute einmal kurz zu erheben. Applaus Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Geschwister, liebe Partner, liebe Freunde aus nah und fern, wir freuen uns, dass ihr euch alle auf den Weg gemacht habt, um heute mit uns gemeinsam zu feiern. Liebe Musiker, liebe Organisatoren, auch an euch ein großes Dankeschön. Meine lieben Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2015, wir haben zu einer Zeit zu studieren begonnen, die ziemlich interessant war. Ich kann ja nur für mich selber berichten, aber in meinem Fall war das im Oktober 2008 in genau dieser Kirche. Oktober 2008, das war der Monat, in dem die Bundesregierung sich auf ein Bankenrettungspaket von rund 500 Milliarden Euro einigte. Oktober 2008, das war der Monat, in dem ich und rund 200 Kommilitonen anfingen in Lüneburg zu studieren. Was? Genau. Klassische BWL. Genauso könnte jeder und jede von euch hier heute eine einzigartige Geschichte zum Studienstart erzählen. Wir Erstis im Bachelor waren überwältigt von dem neuen Lebensabschnitt. Da war die erste WG, die erste MyStudy-Anmeldung, die erste Vorlesung, das erste wissenschaftliche Handwerkszeug, die erste studentische Initiative, die erste Campus-1-Party, die erste Studierendenparlamentssitzung, das erste Auslandssemester, die erste Spezialisierung und die erste Abschlussarbeit. Es ging recht schnell, da waren wir schon im Master. Viele von euch kamen aus ganz Deutschland frisch nach Lüneburg, für zum Beispiel den relativ jungen Studiengang Nachhaltigkeitswissenschaften, aber auch für Master an der Fakultät Bildung, für Master der Kulturwissenschaften oder Master an der Fakultät Wirtschaft. Wie erging es euch neuen Erstis in Lüneburg? Ich bin mir sicher, ihr habt das Lüneburg-1-1 schnell verstanden. Was bedeutet es, wenn jemand zum Salü fährt oder zum Chorn? Wo trinkt ihr am liebsten ein Bier? Im Melzer, der Vitrine, dem News oder in der Hausbar? Schnell ist klar, wo man zum Tanzen hingeht. Ins Piesel oder ins Vamos? In den Salon oder lieber ins Anna und Arthur? Ihr habt bestimmt auch schnell angefangen, über Rote-Rosen-Straßensperrungen zu schimpfen. Seid den Kalkberg erklommen oder schwammt in der Ilmenau. Vielleicht finkt auch ihr an, Pralinen und Lünebohne als Geschenke in die Heimat zu schleppen. Für uns Hiergebliebene war es am spannendsten, euch auszufragen, warum es euch nach Lüneburg verschlagen hat und was ihr von unserer Uni im Vergleich haltet. Ihr habt frischen Wind reingebracht in unsere angekrusteten Subkulturen. Unzählige, auch fächerübergreifende Gruppenarbeiten später, sitzen wir nun hier. Wir sind gut ausgebildet, weit gereist, praktisch erfahren, vielseitig vernetzt und haben die Masterthesis hinter uns gebracht. Wir, die Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahres 2015, sind bereit für den Arbeitsmarkt. Die Generation der um der 30-Jährigen, die jetzt voll Selbstbewusstsein auf den deutschen Arbeitsmarkt schlendern, könnte man durchaus als Generation Pippi Langstrumpf bezeichnen. Denn die Generation macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Es ist, als sei Pippi tausendfach erwachsen geworden und im Berufsleben angekommen. Die Neuen wollen Spaß haben, schnell vorwärts kommen und dabei wenig Zeit in ihrem Job verbringen. Und nebenbei wollen sie auch noch die Welt retten. Ja, ich fühle mich ertappt von diesem Artikel aus der Zeit, der die Diskussion um die Generation Y und die Generation Pippi in die öffentliche Debatte brachte. Ich finde es nicht so schlimm, dass wir als Generation aus den Burnout-Erfahrungen unserer Elterngeneration lernen wollen. Aber ja, ich gestehe, Fräulein Langstrumpf war auch eine meiner persönlichen Kinderheldinnen. Aber mittlerweile habe ich in Lüneburg reale Personen getroffen, die mich beeindruckt haben. Da ist zum Beispiel der Mitarbeiter des Universitätssicherheitsdienstes, der spontan an einem Samstag eine Wasserleitung für einen ehrenamtlichen Kongress verlegt, weil der andere blockiert. Da ist der Financial Institute Studierende, der sich sein Masterstudium als Werkstudent bei einer Ökobank finanziert und gleichzeitig seine Leidenschaft für Statistik beibehält. Da sind die Diplom-Absolventen, die Jahre nach ihrem Abschluss immer noch ein gewisses studentisches Festival als Lernprojekt am Leben halten. Da ist die Mitarbeiterin des Prüfungsamtes, die einen beruhigt, wenn das unsagbar wichtige Anmeldeformular der Masterarbeit in der britischen Post verloren geht. Da ist der Management-Masterstudent, der unbedingt nach Lüneburg wollte, um neben dem Studium ein Fairtrade- und Bio-Mode-Label aufzubauen. Da ist die Mitarbeiterin der studentischen Fahrradwerkstatt, die auf eigene Faust eine Radtour von Bulgarien nach Griechenland organisiert. Da ist der Geschäftsführer eines regionalen Unternehmens, der sich ohne ersichtlichen Output als Praxispartner zur Verfügung stellt. Da gibt es Bachelorstudierende, die bereits im Studium mehr Seminare mitkonzipieren und leiten, als sie selbst belegen. Und da gibt es einen Wirtschaftspsychologen und Nachhaltigkeitswissenschaftler, der sich leidenschaftlich für den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis einsetzt und geduldig mit mir Chaoshuhn eine kollaborative Masterarbeit aufs Parkett gelegt hat. Ich freue mich, euch und viele weitere Bekanntschaften geschlossen zu haben. Und ihr alle habt bestimmt auch viele Leute getroffen, die euch beeindruckt haben. Und so pathetisch das klingt, heute, glaube ich, ist der Tag, an dem wir das würdigen sollten. Um ein weiteres Klischee gegenüber der Generation Y anzuknüpfen, möchte ich eine Lebensweisheit einer viralen Berühmtheit zitieren. Der australische Comedient Tim Minchin erinnert uns all daran, dass alles nur glücklicher Zufall ist. Wir sind lucky. Vom Glück begünstigt, hier zu sein. Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir geboren und von netten Familien großgezogen wurden, die uns halfen, ausgebildet zu werden, uns ermutigten, zur Universität zu gehen. Oder ihr seid in einer schrecklichen Familie geboren worden. Das wäre ein unglücklicher Zufall und dann hättet ihr meine Sympathie, dann wärt ihr dennoch Glückspilze. Glückspilze, weil ihr aus der Art von DNA gemacht seid, die ein Gehirn formt, das trotz der schrecklichen Kindheitsumgebung die Entscheidungen trifft, die dazu führten, dass ihr letztendlich an dieser Universität graduiert. Gut gemacht, dass ihr euch aufgerappelt habt. Aber wir sind alle Glückspilze, weil der Teil von euch, der euch antreibt, nicht von euch selbst kreiert wurde. Zu verstehen, dass man ehrlicherweise keinen Erfolg völlig für sich selbst in Anspruch nehmen kann und dass deshalb genauso wenig andere für ihre Fehler allein beschuldigt werden können, sollte uns bescheiden und mitfühlend machen. Empathie ist intuitiv, aber sie ist auch etwas, woran man intellektuell arbeiten kann. Damals, 2008, war es die Finanzkrise. Heute, 2015, sind das terroristische Anschläge, die Flüchtlingskrise und das Umdenken des Wirtschaftssystems, die unserer Generation als drängende Herausforderung begegnen. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Zeit recht hatte und wir nicht nur hohe Ansprüche an andere stellen, sondern auch selbst bereit sind, Initiative zu ergreifen. Ich möchte mich für das Glück bedanken, ein Teil dieser aktivierenden Unigemeinschaft gewesen zu sein. Besonders schön finde ich die Kultur, sich gemeinsam dafür Zeit zu nehmen, Erfolge zu feiern. Auch wenn die Herausforderungen an der Türschwelle auf uns warten. Liebe Anwesende, ich wünsche euch und uns mehr als Glück für die Zukunft. Applaus 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 Vielen Dank.